Yo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf Kuchen.de Verankerte. Wir reagieren heute mal wieder auf Prolitopia, denn er hat auf mich reagiert. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da gehe ich natürlich rein. Er hat auf mein Video zu Dings reagiert tatsächlich, zu Dekadent. Und Prolitopia hat ja den Talk mit ihm geführt, worauf mein Video basiert. Und jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ich bin gespannt. Ich habe keine fucking Ahnung, um was es geht. Ich wusste ja nicht mal, dass es ein Video gibt. Ja, äh, schauen wir mal an, um was es geht. Ja. Yo, Freunde der Meinungsfreiheit. Ich glaube, Dekadent wird euch halt ein von Begriff sein, denn ich habe auf dem Kanal schon öfter auch Videos zu ihm gemacht. Er hatte letzte Woche einen mega heftigen Live-Talk mit Prolitopia und hat da wirklich super werte Aussagen über mich gebracht. An dieser Stelle sei aber direkt gesagt, ich bin jetzt wieder cool mit Prolitopia, denn ich bin laut ihm Hashtag Based. Wir haben uns vertragen und sind jetzt das YouTube-Pärchen Nummer 1. Wir haben sogar danach noch einen Live-Talk gemacht, wo er sich sogar bei mir entschuldigt hat. Also vielen lieben Dank an Prolitopia, dass er mich gegen Dekadent verteidigt hat. Schauen wir aber einfach mal rein, was Dekadent so gegen mich zu sagen hat. Okay, jetzt verstehe ich, warum ich die ganzen Liebesbotschaften gekriegt habe. Okay, wenn er das so ausdrückt, dann ist natürlich klar, dass seine ganzen Fans so abgehen. Das kann ich nachvollziehen. Also jetzt verstehe ich, jetzt verstehe ich, warum diese ganzen Leute mir Sachen geschickt haben. jetzt, jetzt kann ich einiges nachvollziehen. Ja, okay. Cool. Grundsätzlich geht es um die Frage, ob ich weiter auf Twitch streamen darf. Und dazu sagt Karl unter anderem folgendes. Das zu sagen. Warum soll mir die Meinung eines ungelernten, verurteilten Volksverbrechers und mutmaßlichen Frauenschlägers auch nur im Ansatz... Volksverhetzer, also nicht Volksverbrecher. Volksverhetzer, meinst du? Ja, also es ist ja ein Verbrechen am Volk. Aber warum, warum, warum soll das irgendeine Daseinsberechtigung haben? Ist das Video laut bei mir? Ich hab's extra runtergepegelt. Also erstmal ist das halt wieder dieses typische Ja, ich werfe gerne mit Schlagwörtern um mich, denn so muss ich mich inhaltlich mit der Person gar nicht erst auseinandersetzen. Wisst ihr, was ich daran aber viel, viel lustiger finde? Karl möchte sich jetzt also nicht mehr mit mir auseinandersetzen, weil ich ungelernt bin, weil ich wegen Volksverhetzung verurteilt wurde und wegen der Sache mit Gina, die zwar nicht bewiesen ist, aber das reicht schon, dass da Vorwürfe im Raum stehen. Die Sache mit Gina war 2017. Die Volksverhetzung, Verurteilung habe ich 2016 bekommen und ungelernt bin ich ja eigentlich schon mein ganzes Leben. Wenn dich diese Punkte wirklich so krass stören, dann frage ich mich doch, warum du im Jahre 2019 und 2020 Live-Talks mit mir gemacht hast. Und nicht nur das, im Jahre 2020 und 2021 hat er so auf 10 oder 15 Videos von mir reagiert. Also wie gesagt gab es den Streit ja damals schon, die Verurteilung zur Volksverhetzung war auch schon raus und ungelernt war ich zu dem Zeitpunkt ebenfalls. Das Ganze hat ihn komischerweise die ganze Zeit überhaupt nicht gestört. Aber so ungefähr seit 5 Monaten sind das so die Argumente gegen KureTV, warum man sich nicht mit mir befassen muss. Erklär doch mal Dekadent, wo kommt denn nach Jahren plötzlich dieser Sinneswandel her? Die bessere Frage ist, was machen wir eigentlich mit dir? Denn wenn ich schon mein Recht verloren habe von Karl wahrgenommen zu werden wegen Dingen, die 6 oder 7 Jahre her sind, dann frage ich mich, wie wir mit dir umgehen. Denn du hast mal in einem Video vor etlichen Jahren folgendes gedroppt. Oh, ich glaube, jetzt kommt ein N-Wort. Ich habe das weggemacht. Mal gucken, ob er das... Da läuft nicht der Fackel rum! Also ich weiß nicht, Digga, aber wer die N-Bombe droppt, egal wie viele Jahre das her ist, ich finde, der sollte einfach von Twitch gesperrt werden. Denn ich bin Karl. Ich meine, was ist das eigentlich für eine Aussage? Der N-Wort hat eine Fackel. Und ich weiß, was man jetzt sagen könnte. Hä? Karl macht doch aber so im Groben und Ganzen so ähnlichen Content wie du. Ich meine, ihr beide reagiert auf Sachen im Stream. Naja, Karl hat auch darüber in dem Gespräch gesprochen. Also Karl hat auch in dem Gespräch gesagt, dass er findet auch, dass er dafür gebannt hätte werden sollen. Also das hat er auch in unserem Gespräch gesagt. Er hat, ist dazu gestanden, dass er gesagt hat, er hätte dafür actually gebannt werden sollen. Ja gut, es geht ja nicht dafür, ob er dafür gebannt hätte sollen oder nicht, sondern seine Argumentation ist ja quasi, okay, KuchenTV hat vor etlichen Jahren Dinge gemacht, die ich heute nicht cool finde und deswegen darf er jetzt gar nicht mehr auf Twitch streamen. Also da müsste Karl ja jetzt heute noch wollen, dass er für immer auf Twitch gesperrt wird quasi. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Ich finde, Karl hat sich halt geändert. Karl hat dazugelernt und ich denke, dass Karl durch halt das, was er gelernt hat, ja jetzt ein besserer Mensch ist. Und ich finde, der hat die Chance verdient, sich zu bessern und die hat auch genützt und deswegen finde ich eben, genau deswegen finde ich dieses Leute vom Plattformen. Also ja, so in dem Sinne schon, aber in die andere Richtung ist er auch zu extremen Trauen nicht gut. Ja, weil ich denke, man kann sich gut entwickeln und Karl hat bewiesen, dass man sich gut entwickeln kann und Kuchen hat sich auch gut entwickelt, meiner Meinung nach. Ich habe mich auch entwickelt, wir alle entwickeln uns und deswegen sollte man nicht vorschnell sein dorthin, dass man jemandem einfach sozusagen komplett die Plattform nimmt, sondern ich glaube eher, wir sollten uns die Hände reichen und wir sollten irgendwie so gegenseitig sagen, so hey, wenn ich denke, dass du was falsch machst, reden wir halt miteinander. Reden wir halt miteinander und vielleicht lernen wir was daraus. Vielleicht können wir was besser machen. Verstehst du? Das ist einfach so mein Zugang. Ja, ist so, ich glaube einfach, dass das einfach besser ist. Ja, das machen wir. Allerdings gibt es eine Begründung, warum Karl das machen darf und ich nicht. Und die ist ziemlich gut. Was mache ich anders? Ja, du stehst ja auch da mit deiner Meinung. Ich habe nicht eine gelernte Kraft, also habe ich ein Universitätsfundament. Okay, also damals habe ich noch geraucht. Vor allem, der kann ja noch irgendwelche Musik im Hintergrund an, mega nervig. Denken wir fest. Karl darf das machen, weil er ist a, älter und b, hat er einen Universitätsabschluss. Oh Mann. Ja, das ist ein schlechtes Argument tatsächlich. Weil ich habe das ja auch gesagt an dem Gespräch, so, wenn es darum geht, dass Leute nur, die einen Universitätsabschluss haben, streamen können, Bro, dann sind, keine Ahnung, ich glaube, 90% aller Streamer weg. 90% der Streamer wären weg, so Montana Black wäre weg. Er wäre weg. Ich habe auch keinen Abschluss auf einer Uni. Ich habe auf zwei Unis studiert, aber ich habe keinen Abschluss. Ich habe keinen Abschluss gebraucht. Ich wollte keinen machen. Ich hätte keinen machen können. Ich war zwei Semester von einem Bachelor entfernt. Ich wollte es aber nicht. Ich habe mir einfach gedacht, fuck that shit. Will ich einfach nicht. Ja, dann Mann, Digga. Da ist Bitcoin wohl durch die Decke gegangen. Das ist kein Argument. Und auch, ich bin älter als du, ist kein fucking Argument, finde ich. Also so, weil ich meine, nach der Regel, nach der Regel, weil ich glaube, wie alt ist Karl? Karl ist unter 30, oder? Nee, du bist unter 30, oder? Ich glaube, Karl ist unter 30. Ich glaube, Karl ist 27, 28. Ist das sowas, oder? Niemals, oder? Ist ja wurscht. Der Punkt ist einfach, der ist fast 40. Nach der Regel habe ich immer mehr Recht als er. Das ergibt keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn. Das ist so ein komisches Argument. Vor allem so, was heißt das? Das heißt, wenn du auch studiert hast, das ist auch eine wichtige Frage, wenn du studiert hast, über was darfst du reden? Nur über das, was du studiert hast? Dann darf ich nur über Filme sprechen. Dann darf ich nur über Medien sprechen. Dann habe ich sogar mehr Berechtigung eigentlich, actually auf Twitch zu sein, als alle anderen zusammen, nach der Logik. Weil ich habe Medien studiert. Eigentlich sollte niemand auf Twitch sein, weil die anderen haben nicht Medien studiert. Das heißt, wenn du irgendwas studiert hast, was nicht Medien ist, das machst du dann auf Medien. Wenn du Arzt studiert hast, geh gefälligst in dein Krankenhaus und rede nicht auf Medien. Du musst Medien studieren, um auf Medien zu reden. Verstehst du? Also so, der Punkt ist einfach, warum ergibt es, warum muss man sich qualifizieren zum Streamen? Ich meine, ich verstehe das halt auch generell nicht. Also klar, Dekadenz-Aussage ist wahrscheinlich halt so gemeint im Sinne von, ja guck mal, ich weiß, wie man Studien lesen muss oder so. Wobei er das, glaube ich, bei den Space Rocks sogar genau das gleiche halt kritisiert hatte, soweit ich weiß. Aber ich denke mal, der meint das quasi so, ja, wenn man halt diesen Bildungsabschluss hat, dann weiß man halt, wie man mit wissenschaftlichen Arbeiten und so umgehen soll. So, das Ding ist aber, also du musst ja nicht unbedingt studiert haben, um das halt zu können. Klar, du kannst es dann, also du hast es dann halt irgendwo mal beigebracht bekommen. Du kannst ja aber auch alles selber beibringen. Also es gibt zum Beispiel bei Medien, das kriege ich auch selber mit, durch Kollegen von mir, es ist vollkommen egal, wenn du so Imagefilme oder sowas machst, was für einen Abschluss du hast. Keiner wird sagen, oh, du hast, äh, weiß nicht, Film studiert? Ja, krass, Digga, dann kriegst du 100 Euro die Stunde. So ist es vollkommen egal. Es geht nur darum, was du ablieferst. So, du kannst, du brauchst nicht mal, du brauchst nicht mal eine Ausbildung. Du brauchst nicht mal einen Schulabschluss. Wenn du einfach krasse Filme machst, dann spricht sich das rum und dann kriegst du auch deine 100 Euro die Stunde, wenn die Filme einfach krass sind. So, ne? Das ist halt vollkommen egal, wie du es dir beigebracht hast, solange du es halt kannst. Und ich finde, genau das Gleiche ist auch bei, bei Livestreams und Videos so, ne? Also, ähm, ich sag mir, egal, ob man meiner Meinung ist oder nicht, also, ich mach ja die Videos trotzdem mal ganz gut, ne? Bring halt meine Meinung immer gut runter. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt in jedem Video komplett Bullshit labere, weil ich Dinge gar nicht verstehe, weil ich Dinge die ganze Zeit falsch miteinander verknüpfe und so weiter. Ne? Also, ja, ich finde so ein Argument halt auch einfach sehr lächerlich. Das ist einfach, das ist einfach eine schöne Sache, wenn, äh, alle Menschen reden können. Okay, und wenn du dir einfach, ich finde ja, genau das ist ja das Interessante an Twitch oder an Internet, dass einfach genau Menschen, ähm, Meinungen haben, dass sie diese Meinungen sagen können, dass Menschen jetzt mich schauen können, anstatt, dass sie Lanz schauen oder dass sie, äh, äh, Thomas Gottschalk schauen, schauen sie mich, ja? Und ich habe die Möglichkeit, vor, keine Ahnung, 20 Jahren gab es die Möglichkeit noch nicht, ja? Vor 20 Möglichkeiten, ja, vor 20 Möglichkeiten, vor 20 Jahren gab es die Möglichkeit nicht, äh, so etwas zu machen. Selber einen Fernseher. Und ja, und vor allem muss man, muss man dazu auch einfach selber sagen, also ich finde auch generell diese Aussage mit, ja, du hast halt kein Studium, finde ich sowieso kacke, ähm, weil in Deutschland hat halt nicht jeder die gleichen Möglichkeiten, so. Und Karl schließt mit dieser Aussage, das hätte ich ins Video packen sollen, systematisch zum Beispiel Leute aus, die aus geringen Einkommensverhältnissen kommen, was übrigens auch oftmals, äh, Menschen mit ausländischen Wurzeln sind, by the way, du kleiner Rassist, Karl, ja? Ähm, ähm, denn, äh, ja, es ist halt nun mal so, wenn deine Eltern niedrigen Bildungsabschluss haben und dadurch halt dann vielleicht auch weniger verdienen oder generell halt du eher unter der Armutsgrenze bist oder da irgendwo unterwegs bist, ähm, diese Kinder haben meistens ebenfalls keinen guten Schulabschluss, ne? Also wenn du, wenn du Akademiker-Eltern hast, dann ist es halt sehr oft so, dass du halt auch selber dann irgendwann mal ein Studio machst oder da unterwegs bist, äh, wenn du halt Eltern hast, die halt Hartz IV haben, die, äh, nicht viel Geld, nicht viele Möglichkeiten haben, dann ist es halt sehr oft so, dass du halt, äh, Haupt- oder Realschule machst, ne? So ist das halt leider. Und, ähm, ja, deswegen ist die Aussage, du hast nicht studiert, du darfst nicht reden, halt generell doof, weil jeder Mensch hat halt seine, sein eigenes Päckchen zu tragen, sag ich mal. Also du bist halt, du hast halt nicht die gleichen Chancen in Deutschland, es kommt so viel darauf an, aus was für einem Elternhaus alleine du kommst und wie viel Glück oder Pech du mit deiner wirtschaftlichen Lage als Kind hast, ähm, dass es dann doch sehr anmaßend findet, zu sagen, ja, okay, du hast nicht studiert, du darfst das nicht. Also ich selber komme ja auch aus Hartz IV halt, ne? Wir hatten am Monatsende nicht zu essen und, äh, waren sehr oft unter der Armutsgrenze, so, und ich habe zum Beispiel auch nur meinen Realschulabschluss geschafft, so, ne? Ja, wahrscheinlich, wenn ich hier zwei Eltern gehabt hätte, die selber, äh, studienmäßig da unterwegs gewesen sind, vielleicht zwei Ärzte oder zwei Anwälte oder whatever, dann hätte ich vielleicht auch studiert, so, die hätten mich ganz anders gefördert, man hätte das Leben einfach ganz anders gehabt, so, ähm, finde ich aber wie gesagt auch nicht schlimm, also alles gut, ne? Aber ich finde es dann doch krass, ne, dass Karl dann halt so was sagt, so, ne? Ich weiß nicht, aus, aus welchen, äh, aus welchen Familien, aus welcher Familie, auch mehrere, aus welcher Familie, äh, Karl kommt, sage ich mal, aber trotzdem hast du es halt einfach schwieriger und selbst wenn du es geschafft hast, obwohl du aus so schwierigen Verhältnissen kommst, heißt es ja nicht, dass es jeder schaffen muss, so davon hat man es abgesehen, also jedes Leben läuft ja anders, ne? Vielleicht hast du zufällig die richtigen Entscheidungen getroffen oder es sind zufällig zwei, drei Ereignisse passiert, die genau das begünstigt haben, ne? Es ist halt alles sehr, sehr schwierig. ...Sender aufzumachen, ja? Äh, das ist einfach, das ist einfach so, und ich finde das wichtig eben, dass wir, dass du nicht deinen Abschluss brauchst, ja? So, das ist einfach sehr, 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 sehr wichtig, ja. Also laut Karl, ausschlaggebende Punkte dafür, ob eine Person auf Twitch seine Meinung äußern darf oder nicht. Okay, dann schauen wir uns doch einfach mal zwei Beispiele dazu an. Björn Höcke ist 50 Jahre alt, also älter als ich und Karl und hat einen Masterabschluss. Der darf also seine Meinung sagen, dann... Kuchens Beispiele sind einfach so gut. Einfach so fucking gut, einfach so fucking gut. ...steht Karl dahinter, wenn der jetzt auf Twitch streamen würde, dann wäre das halt komplett in Ordnung. Josef Goebbels ist irgendwann halt auch mal 45 Jahre alt gewesen und hat ebenfalls Germanistik und Geschichte studiert. Laut Karls Argumentation also ein wirklich sehr kompetenter Typ. Also... Oh Mann einfach, oh Mann einfach, oh Mann einfach. Ich wette, dass diese Stelle, diese Stelle darüber werden sich die Leute auf Twitter ganz besonders aufregen. Ich glaube... Keiner glaube ich. Ich glaube, Twitter wird sich extrem aufregen über diesen Post hier. Also ich habe es nicht gesehen, ich habe es auch nicht mitbekommen auf jeden Fall. Habe ich das Gefühl, ja. Der dürfte auch auf Twitch seine Meinung sagen. Ich meine, immerhin hat er ja einen Universitätsabschluss. Die Aussage von Karl ist halt einfach dämlich. Nur weil jemand älter ist oder studiert hat, heißt das ja nicht, dass die Person direkt kompetenter ist. Das würde ja im Endeffekt auch bedeuten, dass Leute, die studiert haben, immer recht haben, egal um was es geht. Aufgrund ihres nicht vorhandenen... Ja, es gab dann auch die Aussage, ich weiß nicht, ob die Video vorkommt, die fand ich irgendwie so... Achso, das war ein Witz, muss dein Kapper hinten ran tun. Da hat auch, da gab es auch irgendwie so... Ja, egal, schauen wir weiter, vielleicht kommt das ja noch. Ja, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte wegen dir. Weil du keinen Kapper machst. Was hat er gesagt? ...egal um was es geht. Aufgrund ihres nicht vorhandenen Abschluss, andere runterzumachen beziehungsweise ihnen die Kompetenz abzusprechen, ist halt wirklich einfach absolut lächerlich. Und was passiert eigentlich, wenn zwei studierte Leute miteinander diskutieren? Die haben doch beide recht. Wir machen lieber weiter. Junge Menschen sind sehr viel beeinflussbarer. Genau. Sollte man junge Menschen von anderen Menschen, die kein Bildungsfundament haben, unterrichten lassen? Irgendwer hat mir unter ein YouTube-Video geschrieben, hat gesagt, komm Erwin, sei doch jetzt mal ehrlich, von wem würdest du dein Kind erziehen lassen? Jetzt ganz im Ernst, eher von KuchenTV oder eher von Dekalent? Wenn er da nicht KuchenTV sagt, sei doch mal ehrlich. Wo ich das einfach gelesen habe, wo ich mir so gedacht habe, Bro, eigentlich so, wenn irgendwer mein Kind erzieht, außer ich, dann ist das zuerst mal ein Problem und zweitens so, ich will weder, dass der eine noch der andere meine Kinder einfach erziehen, so wie geht es dir einfach, auch ich jetzt nicht mein Kind. Mein Kind schaut Proletopia an. Mein Kind schaut fucking, mein Kind wird mod in Proletopia und schaut Proletopia jeden Tag, was geht. Ja. Ist das eine gute Idee. Dekalent ist also der Meinung, dass jemand, der kein Bildungsfundament hat, nicht seine Meinung auf Twitch oder YouTube äußern sollte, denn genau darum ging es ja in dem Live-Talk zwischen den beiden. Nehmen wir einfach mal Rezo als Beispiel. Der hat Informatik mit Nebenfach Musik studiert. Laut Karl ist das ja eigentlich ein Bildungsfundament, was er hat, aber macht ihn das wirklich zum Experten, sodass er ein 50-minütiges Video gegen die CDU erstellen kann. Ich meine, er hat nichts studiert, was irgendwie mit Politik oder sowas zu tun hat. Oder... Hey, das ist das, was Proletopia vorher gesagt hat. Genau das. Junge, krank einfach. Ach, ein Montana Black sich über Corona-Leugner beschweren. Denn Montana Black hat ja auch nicht studiert. Dürfte es dann überhaupt noch Meinungsblogger geben? Oder ist es überhaupt in Ordnung, dass eine Person, die nicht studiert hat, im Internet ihre Meinung frei äußert? Die Aussage von Karl macht halt null Sinn. Er möchte mich halt damit diskreditieren beziehungsweise sich über mich stellen, indem er sagen kann, ja, aber der, er hat ja nicht mal studiert und ich bin älter. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen. Aber du beeinflusst doch auch junge Menschen. Absolut, ja. Und ich glaube damit, dass ich damit einen sehr viel besseren Job mache als KuchenTV. Ja, aber das glaubst du eben. Das ist halt auch wirklich so geil. Ja, das ist einfach mein... Warum? Warte mal, warum... Warum bin ich da als Coronavirus? Also das ist ja mein Emote hier im Chat, aber warum fliegt er in einem Prototope ja Stream lang? Das ist ja auch nur geil. Das glaubst du eben. Das ist halt auch wirklich so geil. Karl beeinflusst junge Leute und ich beeinflusse auch junge Leute. Aber Karl macht das deutlich besser. Deswegen ist es bei ihm in Ordnung und bei mir muss man das Ganze kritisieren. Ich meine, es ist ja klar, dass er das so sieht, dass er das besser macht als ich, oder? Ja, aber wenn du ihn geplättfommst, dann hat er nicht mehr das Recht auf seine Meinung auf diesen Plattformen. Hä? Was hat denn das mit Meinungsäußerung zu tun, ob ihm Millionen Jugendliche zuhören dürfen, oder nicht? Was hat das mit Meinungsäußerung zu tun, ob ihm Millionen Jugendliche zuhören dürfen, oder nicht? Also, merkt ihr diese Doppelmoral in diesem einen Satz, oder soll ich euch das erklären? Aber später hat er dazu nochmal Folgendes gesagt. Erzähl halt irgendwas, was du möchtest, in deinem kleinen Kellerchen, wo es keiner mitbekommt und ungefiltert, unreflektiv. Also, Dekal Dentist halt, was soll ich dazu sagen? Der ist halt wirklich super krass in seiner eigenen Meinung einfach festgefahren. Also, offensichtlicherweise. Ich finde das halt auch super schlimm. Ich habe ja, wir haben ja den Talkie sogar live gesehen und ich dachte auch so, Alter, das kann nicht dein Ernst sein. Das kannst du jetzt nicht wirklich so gedroppt haben. Das funktioniert nicht. So, ne? Es ist halt schon wirklich sehr, 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 sehr weird, was er da einfach von sich gibt. Und ich glaube auch nicht, dass Karl selber davon überzeugt ist, sondern ich glaube, er versucht hat einfach irgendwie mich halt zu diskreditieren. Er weiß, glaube ich, selber, dass das, was er sagt, dumm ist, aber das sind halt Punkte, wo er glaubt, okay, damit treffe ich halt KuchenTV oder damit kann ich jetzt meine Meinung bestätigen. KuchenTV muss halt weg. Was anderes ist ihm wahrscheinlich einfach nicht eingefallen. Denn es gibt keinen Grund, mich zu die Plattform so. Das ist nun mal einfach so. Er wird uneingeordnet auf einer Plattform mit Millionen jungen ZuschauerInnen, die davon meinungstechnisch angetrieben werden können. Karls Meinung ist halt wirklich unironisch, dass ich zwar meine Meinung frei äußern darf, aber nur in einer kleinen Gruppe von Personen, also zum Beispiel in meinem Keller oder so, aber nicht öffentlich auf YouTube bei einer Reichweite von einer Million Abonnenten. Aus dem Grund sollte man mich auf YouTube und Twitch übrigens auch sperren, damit ich da eben nicht mehr meine Meinung sagen darf. Für Karl ist also quasi irgendwo ein Cut bei einer Reichweite, wo es für ein KuchenTV nicht mehr in Ordnung ist, dass er diese besitzt beziehungsweise dort seine Meinung frei äußern darf. Aber das Ganze ist ja logischerweise nicht gegen die Meinungsfreiheit, weil mir würde zwar das... Achso, ja genau. Es wurde gesagt, ich weiß wieder, ich habe gesagt im Gespräch mit Karl, dass ich es in Ordnung finde, wenn Karl zum Beispiel so etwas sagt, ich werde auf Kuchen nie wieder reakten. Ich finde, Kuchen darf man keine Plattform geben, ich werde auf Kuchen nicht reakten, ich werde nicht mehr auf ihn reagieren. Finde ich total best. Also das finde ich vollkommen in Ordnung. Das heißt, wenn man so etwas macht, wenn man sagt, ich werde Kuchen ab jetzt vollkommen ignorieren, das ist keine Cancel Culture, das ist nicht irgendein Scheiß, das ist nichts, das ist einfach vollkommen legitim. Wenn du einfach sagst, ich beschäftige mich jetzt mit deinem Thema nicht mehr, alles gut, Bro. Alles in Ordnung. Okay, das ist einfach dein gutes Recht, nicht mehr auf etwas zu reakten. Aber etwas anderes ist, jemanden zu de-platformen. Das ist eine andere Sache. Also jemanden von YouTube oder von Twitch und Ähnliches zu verbannen, weil du nicht okay damit bist, was Leute reden oder weil du anderer Meinung bist. Das ist, was ich nicht okay finde. Und ich glaube, das ist auch das, was Kuchen nicht in Ordnung findet. Recht genommen werden, vor Millionen von Jugendlichen meine Meinung zu sagen, aber ich darf sie ja trotzdem noch äußern. Nur halt im Kleinkreis irgendwie, weiß ich nicht, ich könnte mich ja vom Einkaufszentrum stellen und da meine Kuchen Talks vorlesen oder sowas. Was er jetzt versucht, ist halt an schlechter Argumentation eigentlich nicht zu toppen. Erst sagt er folgendes. Okay, Nikolai Lehrling ist also eine ziemlich fiese Figur, ja? Fiese Figur, er vertritt Meinungen, die nichts mit Meinungsfreiheit zu tun haben, sagen wir so. Ja, unter anderem, ja. Was würdest du sagen, wenn er hier auf Twitch streamen würde? Würdest du da die Platforming für in Ordnung halten oder nicht? Das ist jetzt nur, um allgemein auszuloten, ob die Platforming insgesamt... Aber ich finde das übrigens halt auch genauso. Also ich finde, jeder kann natürlich so seine Meinung haben und man muss mir auch keine Reichweite geben. Ich habe zum Beispiel auch halt YouTuber oder Podcast-Leute, denen ich keine Reichweite gebe, einfach grundsätzlich. Ich meine, eigentlich bin ich ja jemand, der sehr gerne auf Videos gegen einen reagiert, aber ich selber habe jetzt... Also halte mich ja zum Beispiel auch bei einigen Leuten halt zurück, weil ich halt selber sage, okay, das bringt nichts, ich will denen keine Reichweite geben oder weil das halt Leute sind, mit denen ich mich halt inhaltlich halt einfach nicht befassen möchte, so. Und das ist ja an sich komplett in Ordnung, so. Aber dann halt zu sagen, ja, okay, der gehört halt gesperrt, weiß nicht. Das finde ich halt, wie gesagt, einfach zu übertrieben, denn man muss ja einfach dazu sagen, dass es gibt immer jemanden, der deine Meinung nicht sagt, so. Und natürlich gibt es irgendwo halt so eine Grenze, die halt erreicht ist. Natürlich, wenn ich jetzt hier stehen würde und den Holocaust leugne, dann kann ich nicht sagen, na gut, das ist meine Meinung so, ne. Das ist halt, ja, auch mal abgesehen davon, dass es falsch ist, ist es auch gegen das Gesetz und natürlich sollte Twitch mich dann dafür sperren. So, das ist ja klar. Aber das, was ich mache, ich breche ja keine Gesetze, so. Sei es, wenn ich jetzt in irgendwelchen Videos mal was Kritisches gegen den Feminismus sage, also wo ich, ich sage halt, ja, der Gender Pay Gap, das ist nicht, weil Frauen diskriminiert werden und das gefällt Karl nicht, dann ist das ja in Ordnung. aber dafür kann er mich ja dann nicht von der Plattform sperren, denn das ist ja einfach meine Meinung. Die ist ja vom Gesetz her geschützt. So, das wäre schon weird, wenn Twitch dann sagt, nee, tut mir leid, das geht nicht. dass das von Vorteil sein könnte oder nicht. Also. Gibt es Meinungen, vor der die Öffentlichkeit geschützt werden sollte? Nikolai Nährling ist ein rechtsextremer Holocaust-Leugner. Ich denke, hier ist es ja klar, dass Polytopia dafür ist, dass er von Twitch gesperrt wird, bin ich auch, denn das hat eigentlich auch nichts mehr mit freier Meinungsäußerung zu tun, sondern Ja. Gesetz und zweitens auch gegen die Terms of Service bei Twitch. Jetzt macht er allerdings folgendes, nachdem er von Polytopia dann ein Ja bekommen hat, versucht er das Ganze auf meine Situation zu beziehen. Was würdest du sagen, wenn eine, wenn eine Person seinen Partner als Lügnerin darstellt, einen öffentlich auch gewalttätigen Schlagabtausch auf Instagram, YouTube und Twitch dokumentiert und dann ein riesiges Entschuldigungsvideo macht, um es dann als Prank zu entlarven. Ist das etwas, was man tun sollte oder gehören solchen Menschen mal Grenzen aufgezeigt? Er bringt hier ein Extrembeispiel, um Polytopia dazu zu bringen, Ja zu sagen. Also, dass es okay ist, Leute auf Twitch zu canceln, dadurch, dass er jetzt das Ja gehört hat, bringt er dann quasi meine Geschichte, um zu sagen, naja, wenn das bei dem okay ist, dann bei KuchenTV doch auch oder nicht. Obwohl das logischerweise überhaupt nicht das gleiche ist. Er versucht mich halt auf einer Stufe mit einem rechtsextremen Holocaust-Leugner zu stellen. Denn seine Argumentation ist ja quasi, naja, wenn der Nikolai hier gecancelt werden darf, dann KuchenTV doch auch oder nicht. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, Mann. Er sagt ja auch, dass ich einfach mal eine Strafe bekommen muss für das, was ich tue. Aber habe ich ja. Ich habe massiv Abonnenten und Klicks verloren. Also, warum sollte man mich denn dann noch von irgendwelchen Plattformen ausschließen? Ist ja gut. Wenn ich ihn auf Twitter erwähnt habe, einmal oder so, weil ich der Meinung bin, da hat eine Person sein Recht auf öffentliche Wahrnehmung verwirkt. Und wenn das meiner moralischen Empfindung entspricht, dann bin ich auch sehr wohl gewillt dazu, öffentlich zu sagen, dass ich auch nicht möchte, dass eine Plattform... Ich glaube nicht, dass man Karl für den Vergleich abmahnen kann, um ehrlich zu sein. Von wie twitchst so jemanden. Er hat ja nicht gesagt, dass ich das mache so. Er hat ja trotzdem halt nur, dass auch meine... Also, er hat ja dann nur Sachen gesagt, die halt, äh... die halt ungefähr so passiert sind halt. Auch eine sehr kluge Meinung. Weil Karl mich nicht mag, möchte er, dass Twitch mich auch nicht mag und von der Plattform ausschließt. Jaja, das ist ja klug. Karl möchte also quasi, dass nur noch Leute auf der Plattform unterwegs sind, die er gut findet. Ja doch, daran sollten wir arbeiten, denke ich. Jetzt geht es darum, dass Dekadent mich vor zwei Wochen auf Twitter kritisiert und Twitch markiert hat. Das Ganze verteidigt er jetzt so. Aber was? Was sollen sie machen? Der Gedanke dahinter ist, dass Leute, dass Leute sehen, und zwar Twitch-Streamende, was da für ein Unsinn erzählt wird und vielleicht zu dem gleichen Schluss kommen wie ich auch, dass man so einer Person nicht mehr in regelmäßigen Reactions eine noch größere Plattform bieten sollte. Darum ging es. Natürlich. Ich meine, Karl hat geschrieben, Twitch, ich bitte euch. Aber damit wollte er natürlich nicht, dass Twitch irgendwie einschreitet und mich sperrt oder mir die Partnerschaft wegnimmt, sondern er wollte damit natürlich andere Influencer dazu bringen, nicht mehr auf mich zu reagieren. Also, mal ganz abgesehen davon, dass gerade wirklich gar keiner mehr auf mich reagiert, macht das doch auch null Sinn. Also, dann hättest du doch auch direkt diese YouTuber markieren können, oder nicht? Ich meine, Karl, gehst du wirklich davon aus, dass alle Twitch-Streamer immer schauen, wo Twitch.de markiert wird und sich dann jeden Tweet davon durchlesen, oder was? Also, Real Talk, das ist so eine schlechte Ausrede. Vor allem hat Karl das vorher noch damit verteidigt, dass Twitch sich ja ganz klar auf die Seite der Ukraine gestellt hat und ich durch diese Instagram-Story angeblich auf die Seite von Putin und ich deswegen von Twitch gesperrt werden sollte. Ja, also was denn jetzt? Hast du Twitch markiert, damit andere Influencer das sehen, was gar keinen Sinn macht? Oder vielleicht doch, um Twitch darauf aufmerksam zu machen, was ich da so poste? Also, als Demokrat finde ich, wir müssen damit... Putin hat recht und Ukraine gehört weggebombt, ist ja nur auch nicht wirklich eine Meinung, oder? Das hat er auch nicht gesagt. Natürlich. Nein, hat er nicht. Okay, ich habe halt nie gesagt, dass die Ukraine zerbombt werden sollte. Also, er meint halt logischerweise meine Story, die ich damals gepostet habe und ja, das war Clickbait und hätte man bestimmt auch anders machen können, aber das habe ich halt nie gesagt. Er legt mir einfach irgendwelche Wörter in den Mund, die ich nie gesagt habe. Ich hätte immer noch krass. Aber um mich runterzumachen. Da könnte ich ihn zum Beispiel vorab machen. Tiro, er will ich auch gar nicht so, weil sobald einer gefragt hat, dafür wahrscheinlich schon. Ey, Karl! Bitte! Was ich bei Karl auch nicht verstehe, immer wenn er im Gespräch nicht wirklich weitergekommen ist, hat er versucht, irgendeine andere Baustelle aufzumachen. Beispielsweise hat er dann immer den Chat kritisiert. So wie hier. Alter, was ist denn das hier für eine Schwurbel-Truppe? Ja, das war schon seltsam. Das war schon seltsam. Übrigens, lieber Chat, ihr seid sehr natürlich die ganze Zeit auch im Kuchen-Video, gell? Ihr seid Teil von KUHKV jetzt. Jetzt habt ihr alle Kontaktschuld. Wollte ich nur sagen. Ich habe das Gefühl, Karl... Ich finde das auch so, dieses Eingehen auf den Chat und so zu sagen, das ist eine Sache, die ich vor sehr langer Zeit gelernt habe. Wenn du mit jemandem diskutierst, lies einen Chat nicht. Lies einen Chat nicht. Das ist eine ganz, ganz falsche Idee. Okay. Weil wenn du den Chat liest von anderen, sobald du kommst auf einen Kanal, wo du sozusagen dem Creator widersprichst, wird der Chat gegen dich sein. Und wenn du das anfängst zu lesen, dann macht dich das sauer. Weil du dir einfach denkst, warum reden die Leute so viel Scheiße hier in dem Chat? Und dann fängst du an mit dem Chatstreit. Ja, es ist halt einfach genau so. Also du wirst es halt... Also ich meine, wir haben ja schon so viel auf irgendwas reagiert, wo auf mich reagiert wurde, wo es auch einen Chat gab, auch kritische Sachen. So du wirst es nie erleben, dass zum Beispiel auch, wo ich und Polytopia noch Beef hatten. Da habe ich ja auch auf beide Chats halt offen gehabt. Und du hast gesehen, alle in Polytopias Chat waren für Polytopia und alle bei mir waren halt für mich. Das ist halt auch normal. Weil so, wir haben verschiedene Ansichten gehabt und logischerweise, Leute gucken mich auch, weil sie auch teilweise meine Ansichten gut finden oder weil sie es nachvollziehen können. Und bei Polytopia ist es das Gleiche. Wenn da zwei verschiedenen Ansichten aufeinander prallen, ist ja erst mal klar, dass man von seiner Sicht erst mal überzeugt ist und dann natürlich auch erst mal pro seiner eigenen Meinung ist, sage ich mal so. Und ja, deswegen kann ich das... Ich meine, vor allem auch die Sachen, die Karl da kritisiert hat im Chat, fand ich halt auch mega lächerlich. Weil klar, wenn da jetzt reingepostet wird, ja, du bist ein Faschist oder ja, du linke Zecke oder so, also wirklich Beleidigung, hätte ich gesagt, ey, komplett, ne, klar, das muss moderiert werden, gar keine Frage. Aber, also, das waren ja wirklich noch voll normale Kommentare, wo ich mir auch so dachte, was will ich denn jetzt? ... zu führen und dann verlierst du alles, weil dann hassen dich alle im Chat und dann hast du sozusagen plötzlich die Person und den Chat extrem gegen dich, alle hassen dich, ja. Ist so total, total Dings und außerdem ist es auch, verlässt das halt das Gespräch. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und ich glaube, da auf den Chat losgehen ist sehr problematisch, vor allem den Chat irgendwie als Schwurbler-Truppe nennen. Ei, das ist aber so... Ja, vor allem auch alle dann, ne? Das ist aber so ein Angriff, so Ad hominem Angriff gegen den Chat. Ich denke, dass es sehr wichtig ist, zu verstehen, auch eine... Stimmt, gibt es Bindestrich eigentlich noch? ...sache, früher war Karl sehr oft zu Gesprächen bei mir auf dem Kanal und davor haben wir uns sehr viele Zuschauer geteilt. Das heißt, so die Hälfte der Zuschauer auf meinem Kanal actually waren auch Zuschauer von Karl. Das heißt, wenn Karl und ich unterschiedlicher Meinung war, dann hat mein Chat auf meinem Kanal Karl gefeiert und nicht mich. Das heißt, mein ganzer Chat war gegen mich, wenn ich mit Karl diskutiert habe. Das war bis jetzt immer so. Nur, es hat sich ja jetzt in letzter Zeit sehr viel geändert, wo ich mich mit dieser Bubble zerstritten habe und diese Bubble irgendwie da sich entfernt hat aus diesem Stream. Es sind jetzt vollkommen andere Leute hier und jetzt war Karl auf einmal da und plötzlich war der Chat nicht auf seiner Seite und ich denke, dass das etwas ist, was ihn vielleicht verunsichert haben könnte. Dass das etwas war, dass er sich gedacht hat, hey Digga, ich war es bis jetzt immer gewohnt, wenn ich einfach sozusagen in den Proletopia-Stream komme, dass da der Chat auf meiner Seite ist. Weil da sehr viele Leute sozusagen von meiner Seite sind. Das war jetzt diesmal aber zum ersten Mal nicht so. Und vielleicht hat ihn das irgendwie so, vielleicht redet er deswegen so oft über den Chat, weil ihn das irgendwie so verwundert hat, dass er sich gedacht hat, jo Bro. Oder er sucht einfach einen Ausweg. Es ist halt immer leicht dann sozusagen, ja was schreiben die denn da jetzt? Jetzt müssen wir nicht mehr diskutieren, weil das, was die da schreiben ist. Wo sind meine ganzen Fans, Bro? Weißt du? War bei ihm das letzte Mal genauso? Ja, ja, vielleicht, ja. Ich bin von Karl schon von einem Jahr weg, weil ich es nicht ausgehalten habe, wie er Menschen im Chat behandelt, die mal etwas nicht verstanden haben oder anderer Meinung sind. Okay. Ja, ist so, wollte ich nur sagen, so. Das sind alles so Hintergrundgedanken. debattiert jetzt gerade auf Gefühlsbasis und sieht es nicht neutral an und es vernebelt seine Meinung momentan. Das ist ja kein Schwurbel, das ist seine Meinung. Wo steht das im Chat? Ich habe das nicht gesehen. Also da sind wir in gefährlichen Gefilden unterwegs. Oh ja, der Kommentar, dass Karl... das ist natürlich so dieses, wir sind in gefährlichen Gefilden, wenn sich jemand, wenn jemand einfach seine Meinung sagt, ich würde, ich würde sagen... Das Ding ist, was man dazu sagen muss, der Typ, der den Kommentar geschrieben hat, der hat ja keinen Universitätsabschluss, und dementsprechend darf er natürlich auch seine Meinung nicht sagen. Da hat Karl schon recht. Das sind keine gefährlichen Gefilde, wenn jemand seine Meinung sagt, solange diese Meinung nicht irgendwie beleidigen, diskreditierend und diffamieren das gegenüber anderen, solange sie nicht andere herabsetzt oder irgendwie sich über andere stellt und andere halt, ja, herabwürdigt. Finde ich, ist jetzt nicht das Problem. Aber so, keine Ahnung, es gibt hier Leute im Chat permanent, die schreiben, ich finde, Proletopia ist scheiße. Okay. Das ist halt deine Meinung. Ja, man. Wird einmal kritisiert, oh, jetzt wird gefährlich. Was soll ich tun? Früher habe ich solche Leute immer sofort per einmal gebannt, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich mir einfach denke, okay, das ist deine Meinung, was soll ich machen? Ich meine, wenn du fucking genau bist, wenn du jetzt einfach so den ganzen Tag einfach lang nur schreibst, Proletopia scheiße, Proletopia scheiße, Proletopia scheiße, okay, dann bände ich dich, weil einfach so, hör auf zu spammen, aber keine Ahnung, wenn du das einmal sagst, so, ich bin nicht deiner fucking Meinung und du redest nur scheiße, wenn du das einmal sagst, ist alles in Ordnung, wenn das deine Meinung ist, alles gut, solange es kein Mobbing ist, ne? eher emotional argumentiert als wirklich objektiv, ist wirklich sehr, sehr schlimm, also dass Proletopia sowas im Chat stehen lässt, kann ich auch nicht verstehen, um ehrlich zu sein, was dann aber wieder sehr cool ist, ist, wenn zum Beispiel Leute im Chat von Dekadent Kuchenschiss zu mir sagen, das ist lustig und freudig und das macht Laune, das ist in Ordnung, aber wer? Dekadent wird kritisiert, er möchte damit logischerweise vom Thema ablenken und sich selber in die Opferrolle stellen, ja, was soll man dazu sagen? Abschließend bleibt mir auch gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, Dekadent ist halt der Meinung, dass ich weder auf YouTube noch Twitch eine große Reichweite haben sollte, weil er mich nicht leiden kann und weil er meine Aktion nicht gut findet. Ich denke auch, dass das Internet ein besserer Ort wäre, wenn Dekadent ab sofort entscheiden darf, wer denn noch seine Meinung äußern darf und wer nicht. Ich meine, wie es aussieht, wenn Karl jemanden nicht mag, das hat er ja auch schon bei der vulgären Analyse gezeigt. Ich meine, ich will die vulgäre Analyse hier gar nicht verteidigen, was der macht, ist halt wirklich Bullshit, aber die vulgäre Analyse hat mal ein Video zu Dekadent gemacht und die Antwort von Dekadent war dann folgendes, ich meine, er hat einfach mit Doxing gedroht, mit privaten Informationen und wie gesagt, will ich die vulgäre Analyse nicht verteidigen. Hat er das jetzt rausgekattet? Aber wenn rauskommt, wäre der Typ gut, dass du das dazu sagst, ist, dann ist der wahrscheinlich einfach tot und darüber, solche Witze zu machen beziehungsweise damit zu drohen, weil es ist nicht wirklich ein Witz, ist halt einfach eine Sache, die wirklich gar nicht geht. Nicht so böse zu denen, sonst macht Schlomo ein Video gegen dich, das kannst du nicht wollen, du öffnest die Bilder, ich weiß, wie Schlomo heißt und wo er wohnt. Also wenn Schlomo ein Video gegen mich macht, dann werde ich das einfach veröffentlichen und ihn aus Irland anzeigen. Ich weiß auch noch ein paar andere Sachen. Von daher ist es, wir würden gerne ein Video machen, Alter, sehr gerne. Ist dann aber auch das letzte Video, das er gemacht hat. Du wirst keine Adressdaten veröffentlichen? Aus Irland raus? Könntest du eine Strafanzeige geben und wenn mir dann der Vorname rausrutscht und dann auch nochmal ein Nachname irgendwann, das kann schon passieren. Das sind Fehler, die passieren jedem. Das sind Fehler, die passieren. Wir in Irland, in Irland haben wir haben wir komplett, komplett andere Mentalitäten. Er hat danach in einen Tweet und noch gepostet. Es ist einfach fucking nicht okay. Das ist einfach nicht in Ordnung. Das ist so... Das ist auch einfach lächerlich. Das ist einfach etwas, das... Wie in Irland ja auch, eigentlich, ne? Geht mir einfach fucking zu weit. Das ist einfach fucking crazy. Das ist nicht gut. Das ist einfach fucking nicht gut. Ja. Ich weiß nicht. Das ist einfach... Es ist einfach sehr, sehr, sehr... Sehr gefährlich, sowas zu machen. Doxing ist einfach eine Grenze, über die geht man nicht. Das ist einfach eher eine fucking Sache. Es ist egal, wer jemand, was... Was... Jemand... Redet oder nicht redet, man geht nicht dorthin. Das ist einfach eine Sache, dort geht man nicht hin. Das ist einfach nicht in Ordnung. Er wusste, dass er ja gerne mit ihm reden würde, allerdings nur mit Video und ohne Verkleidung und so weiter. Den hat er allerdings kurze Zeit wieder gelöscht, weil es ihm wahrscheinlich dann doch peinlich gewesen ist. Was kann ich abschließend dazu sagen? Ich finde das Ganze schwierig. Leute doxen zu wollen, weil sie einen kritisieren, weil man vielleicht mit der Meinung nicht einher geht, finde ich halt wirklich schon sehr, sehr schwierig. Aber auch, dass er Leute wie mich von Twitch und YouTube am liebsten entfernt haben wollen würde, weil ich ja Leute beeinflusse und nicht studiert habe, ist halt wirklich eine sehr gefährliche Meinung. Was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, okay, thanks, bye. Ich finde, du solltest auf Twitch gesperrt werden. Ich schluss dich gar nicht mehr. Das sämt immer wirklich gut. Jo, meine Freunde, was geht her? Das sämt immer wirklich gut. Ja, okay, thanks. Ja, gut. Er sagt auch nichts mehr dazu. Wie gesagt, viel mehr kann ich dazu auch glaube ich nicht sagen. Ja, war ein krasses Video von mir.